So, ab jetzt werden wir jung mit dir. So, vielleicht offenbar hat sie uns dann, wer der Bösewicht ist, aber ich glaube, es ist ihre andere Krankenschwester. Weil die von oben runtergekommen ist. Ich bin nicht sicher, wie das Feuer angefangen hat, aber ich weiß, es war Zett's Arbeit. Er ist ein gefährlicher Mensch. Professor Crowe versucht ihn zu verhören, aber es war zu spät. Er hat bereits gewonnen. Er hat sich nicht mehr in die falsche Richtung. Die Bösewicht ist in der Mitte. Der Bösewicht ist nicht mehr in die Bösewicht. Er hat sich nicht mehr in die Bösewicht. Er hat sich nicht mehr in die Bösewicht. Er hat zwei Fingern zu haben. Will was ordering the evacuation of the female ward. It was chaos. He saw Ginger. But before he could react, a fire extinguisher exploded nearby. Will lost an eye that day. Ginger ran into our chapel. She was petrified of fire. The old ceiling gave in. I tried to save her. I didn't care about the fire. I didn't care about anything. I did all I could. Will pulled me away. And the fire kept on spreading. Sedative X was considered dangerous. Because it may be lethal in large doses. There's nothing you can do for me. Don't beat yourself up over this, detective. Do something I couldn't and stop him. For good. Dr. Kreutz? Claudia? She's... gone. I found Will. He's dead. What is going on here? Is Mrs. Kreutz? Is she... Oh no. I... I moved to the patients to the west wing. They should be safer there. I need you to help my partner. He's injured pretty badly. We can move him to our sick room. I can help him there. Thank you. We'll come back for Dr. Kreutz once this is over. Shannon, do you like games where you can play hot women? She's not. Oh, so you want to play a game that you have with me. Okay. Hmm... Okay. Okay. Your partner got hit pretty hard. I'm astonished. He's still alive. Can you pass me that spirit bottle? So we can get Mr. Tough Guy here cleaned up. War der Alkoholflasch nicht hier draußen? Ah ne, war Benzin. Du hast nie die Riddler-Rätsel gefunden. Die Riddler-Rätsel? Welche Riddler... Welches Bett meinst du denn? I'm going to have to clean his wound. Medizin... Was sind denn Medizin-Würfel? Sieht aus wie ein Handschuh. Thanks. This should do the trick. Normally, this would burn like crazy. But I don't think he can feel much right now. There should be some bandages in the locker. Thank you. This should stop the bleeding. This is all I can do for now. Shannon, guck dir mal bitte Heavy Metal Fuck 2 an. I told all the parts. I have them all over all. Everything. Thank you. You need to call for help. There is a radio station in Claudia's office. Here are the keys. Hopefully you'll reach someone over this storm. I'll be here with Owen if you need me. Okay. Also ist es Dr. Kreutz nicht gewesen. I did not expect to see this. What on earth happened here? Okay. Wieder die ganzen. So. Das brauchen wir. Nein. Jetzt bin ich rausgegangen. Hm. Das brauchen wir. Zwei Sachen noch. Das Ding. Ja. Jetzt noch zwei Sachen. Äh. Was sieht denn hier mal verdächtig aus? Okay. Okay. Der Vorhang. Die Riddler-Rätsel sind eigentlich gar nicht so schwer. Meinst du Ginger hat überlebt? Okay. Ende. Wo ist sie denn anfangen? Das passt auch nicht. Das kommt noch in die Mitte. Das passt ja auch nicht dahin. Das passt noch weniger dahin. Das passt auch nicht. Das passt nicht. Hm. So. So. Das passt so dahin. Aber vielleicht ist auch der hier einfach falsch da drin. Okay. Ja. Das passt. Das passt. Das passt. Ich muss lieber immer tauschen. Dann schauen wir mal. Das passt. Claudia ist trying to use the radio station. Aber sie verliert ihre Tempest und schützt die Metal Box. Sie ist looking for something inside her bag. Und auf den Schrauben. Sie schützt ein paar Bücher auf dem Boden. Hastily, sie geht durch ihre Dinge auf der Desk. Sie geht durch die Drogen. Sie findet was sie was looking for. Und schützt sie auf die Drogen. Sie pours herself some water from the decanter. Und spills. Claudia approaches the mirror. Sie swallows the sedative eggs. Sie takes a swing. Smashing the mirror with her glass. Sie loses her balance and lean on the curtain. Before leaving, she takes a photo off the wall. Now I know what happened. The radio station is my only hope. So, eine Batterie. Äh, das Kunstverkehr gefällt. Da braucht man einen Schraubendreher oder sowas. Ha, ich hoffe wirklich, dass das künstlich ist. Quatsch, das Hirn ist echt. Das klemmt. Hm. Das zerbrochene Spiegel. So, da. Dann Schwester Ashley. Gewalt gegen Patienten wird nicht toleriert. Dies ist die erste und letzte Wahnung. Schwester Ashley. Ja, ich bin immer noch der Meinung, was die das ist. Oh. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich Sicherungen. Wir haben ein Bild irgendwo. Nein. Er ist Freddy Kruger. Ja, das stimmt allerdings. Äh. Hm, hm, hm. Hm, da haben wir nichts drin. Find that radio station. Find that radio station. Was fehlt denn hier? Ich habe eine kleine Anleitung zum Punktgerät. Achso, das ist, ähm, welche Widerstände, die Sicherungen haben. Hm. Wahrscheinlich ist es mal hier zurück, ne? So, mal auch. Ach. Nicht wie Benzin. Okay, hier drin ist die Lösung. die Karaffe nicht. Versperrt. Ach, mit der Sicherheits... Nein, okay. Werde hier sein. Okay, raus. Hm. Das sind eine Menge Bücher. Da. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Dr. Kreuz, jetzt verschwundenes Vogelscheuchenkostüm hat nichts mit dem Verlust meiner Schlüssel zu tun. Ich weiß selbst, dass ich ein Alkoholproblem habe, aber dadurch bin ich nicht automatisch an einem schuld, was hier schiefläuft. Kreuz-Schlüssel. Wo können wir die jetzt gebrauchen, die Schlüssel? Achso. Hier. Entweder hat Seth noch eine zweite Persönlichkeit oder es gibt jemand, der ihm hilft. So. Ach Gott, eine Sicherung. Okay, die haben wir jetzt da. Setz die Batterien so an die richtigen Stellen. Die Leistungszahlen sollten dich auf die richtige Spur bringen. Also hier müssen 90er hin. Die dunkle ist das die dunkle blaue. Müssen das genau 100 sein? Auch wir können ja gar nicht genau 100 sein. Äh, wer ist für die kluge? das dachte ich schon mal, wenn man zurückgekommen ist. Also konnte es noch nicht mehr halten, wie er das. Das war sehr knapp. Äh, 100. Da können wir 50er nehmen, und 90 oder die 75er und die 25er. Die rote also. Was ist, wenn wir jetzt die 60er da rein klatschen? Okay, es müssen genau 100 sein. 65. Die grüne war jetzt 75. Okay, das und das. Ah, es sind weitere, aber okay, es passt. Nein, es sind doch genau 95. So, dann tauschen wir die beiden mal aus. Okay, hat man, es ist das 60 und das sind 5 glaube ich, ne? genau. 5. Äh, jetzt müsste ich ein 100er kriegen. Gelb, das sind so. 75. Ah, Mathe, lass mich nicht im Stich. 25. Der rote kommt da hin, am besten. 25. So, Und 90. 90. Ist das jetzt der blaue? So. 25. Der blaue war jetzt noch 90. 25. Der rot ist 25. Das heißt, da müssten jetzt 25, 70 hin. Blau. Äh, äh, äh,